Hallo, mein Name ist Gaby Rose. Wir sind die Firma Götte, ein Wäsche-, Bade- und Dessous-Geschäft. Wir sind ein Familienunternehmen in über 80-jähriger Tradition in dritter Generation. Wir bieten unseren Kunden höchste Qualität und kompetente Fachberatung durch geschultes Personal. Am Supershop im Freidee bieten wir unseren Kunden auf alle Artikel 20%, Einzelteile sogar bis zu 50%. Wir befinden uns in der Marktstraße gegenüber dem Fischrestaurant Nordsee und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017